Oh, schön, dass ihr wieder da seid. Willkommen zur zehnten Vorlesung, die letzte im Blog Sortierverfahren. Habt ihr erst irgendwelche Fragen, bevor wir noch den Beweis vom Bucketsort von gestern nachholen? Dann springen wir doch gleich zu den Folien, weil wir haben heute auch noch ein bisschen was anderes vor. Wir haben gestern die ganzen Sortierverfahren in Linearzeit kennengelernt und der letzte war dieses Bucketsort, wo wir unsere Zahlen in Eimer unterteilen und jeder Eimer die Breite 1 durch n hat, wenn unsere Zahlen gleich verteilt zwischen 0 und 1 liegen. Allgemein kann man die Breite auch einfach größte Zahl geteilt durch n machen, wenn die jetzt nicht zwischen 0 und 1 sind. Und was wir noch machen wollten, war die erwartete Laufzeit berechnen, die ja von den zufälligen Zahlen in a abhängt. Und als Unterfunktion hier für diese Listen, die wir innerhalb der Eimer gebaut haben, haben wir Insertion Sort verwendet, weil in Praxis Insertion Sort auf kurzen Listen ziemlich schnell ist. Wir wollen uns jetzt also die Laufzeit anschauen und dafür stellen wir uns wieder wie üblich so eine Formel auf, also die Laufzeit von Bucketsort von n. Und dafür können wir den Code hier in zwei Bereiche unterteilen. Erstmal der orangene Bereich. Was passiert hier? Wir legen einmal die Variable n an, dann erstellen wir ein Feld der Größe n, das dauert also n Zeit. Wir haben eine Schleife, die von 1 bis n läuft und jeweils nur eine Zuweisung macht, das heißt, dass ihr benötigt auch Theta von n Zeit. Und wir hängen die Listen aneinander. Wir haben n Listen, also können wir es auch in Theta von n. Und dann das Ergebnis kopieren, funktioniert auch in Theta von n. Das heißt, alles, was hier orange ist, ist Linearzeit. Das Schwierige ist aber der pinke Teil hier. Wir haben nochmal eine Schleife, die über 0 bis n-1 geht und bei der wir jeweils eine Sortierung auf diesen Listen ausführen. Und das ist nicht ganz so straightforward. Hier müssen wir ein bisschen mehr in die Tiefe gehen. Das heißt, wir müssen uns jetzt für jede einzelne von diesen Listen anschauen, wie viel Zeit braucht denn der Insertion Sort. Wobei das ni hier jetzt im diskreten Fall sagt, wie viele Elemente haben wir denn hier in der Liste. Nachdem wir jetzt aber mit einem Erwartungswert arbeiten wollen, also die erwartete Laufzeit über die Eingabe, machen wir das hier als eine Zufallsvariable. Wir wissen nicht genau, wie viele Elemente in dieser Liste sind, also müssen wir uns eine Zufallsvariable erstellen und den Erwartungswert von dieser Zufallsvariable analysieren. Wir wollen uns jetzt also auf diesen Teil hier beschränken. Was ist denn die erwartete Laufzeit hier jeweils, abhängig von dieser Zufallsvariable? Also, die Laufzeit von Insertion Sort, die kennen wir. Die ist in O von n², also können wir diesen Teil hier einfach durch O von ni² ersetzen. Und nachdem das eine Zufallsvariable ist, wollen wir natürlich den Erwartungswert, also nehmen wir den Erwartungswert von diesem ganzen Block hier. Um uns das Ganze einfacher zu machen, wollen wir den Erwartungswert jetzt aber nicht hier außen haben, sondern so weit wie möglich in diese Formel reinschieben, dass wir am Ende eventuell nur noch den Erwartungswert von ni² berechnen müssen, dann den Erwartungswert von dem Ganzen hier. Da können wir wieder die Linearität des Erwartungswerts atmenden. Wir haben hier x, wir haben hier y, also entspricht das e von x plus e von y. Erwartungswert von Theta von n ist natürlich Theta von n, da ist keine Zufallsvariable drin, also können wir unser e hier in diese Summenformel reinschieben. Wir haben hier einfach nur n plus 1 von diesen x und y, die wir aufsummieren. Wir haben also den Erwartungswert von o von ni², das ist schon mal gut, aber wir würden es auch gern noch in dieses o reinkriegen, und selbst das dürften wir, weil, wenn man sich anschaut, was der Erwartungswert von irgendeiner Konstanten mal eine Zufallsvariable, dann ist es natürlich auch eine Konstante mal dem Erwartungswert für diese Zufallsvariable. Das ist, glaube ich, recht einfach zu sehen, dass man die nach vorne ziehen kann. Und dieses o sagt uns ja eigentlich auch nur, ja, es gibt hier irgendeine Konstante mal ni². Die Konstante dürfen wir nach vorne ziehen, das bedeutet, wir dürfen das e auch hier reinschieben, indem wir quasi die Konstante von dem o vor das e ziehen. Und jetzt haben wir es soweit runtergebrochen, dass wir eigentlich nur noch den Erwartungswert von ni² ausrechnen müssen. Was denkt ihr jetzt, was ist der Erwartungswert von diesem ni²? Das ist erstmal nicht so einfach. Grundsätzlich, wenn wir jetzt sagen würden, ja, wir hätten hier nicht ni², sondern ni stehen, und wir würden das alles aufsummieren, dann wissen wir, dass sich das auf jeden Fall zu n aufsummiert. Aber durch dieses Quadrat wird es jetzt schwieriger, aber wir können tatsächlich zeigen, dass der Erwartungswert von dem ni² kleiner gleich 2-1 durch n ist. Also, wir im erwarteten Fall hier höchstens zwei Elemente stehen haben, wenn die Eingabe gleich verteilt ist. Und das bedeutet dann, wir haben hier n mal 2-1 durch n, also steht hier auch θ von n. Und damit ist jetzt unsere gesamte Laufzeit θ von n. Das beweisen wir jetzt. Die Behauptung beweisen wir jetzt. Das behaupten können wir immer erstmal sehr viel, aber wenn wir das gemacht haben, dann müssen wir natürlich erstmal einen Beweis aufschreiben. Und dafür definieren wir jetzt wie üblich eine Indikatorzufassvariable. Und zwar schauen wir hier jetzt einen festen Eimer an. Also wir fixieren das i, sagen jetzt, okay, die Indikatorzufassvariable, für diese schauen wir jetzt nur den Eimer 10 an. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass a von j im Eimer 10 liegt. Das ist ganz wichtig hier, die hängt nämlich jetzt nicht von i und j ab, sondern nur von j. Das heißt, das hier ist ein ganz bestimmter Eimer. Wenn wir diese Zufassvariable haben, die uns die Wahrscheinlichkeit sagt, also noch nicht die Wahrscheinlichkeit, sondern wir sagen uns ja erstmal nur, ob dieses Element im Eimer liegt, dann ist ni natürlich einfach die Summe über alle diese Indikatorzufassvariablen, also die Anzahl der Elemente, die in den Eimer gefallen sind. Das bedeutet, dass wir den Erwartungswert von ni auch über die Erwartungswerte der Indikatorzufassvariablen berechnen können. Also schauen wir uns den Erwartungswert von xj an, der entspricht wie üblich, bei Indikatorzufassvariablen, die Wahrscheinlichkeit, dass die gleich 1 ist. Und was ist jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass a von j in Eimer i liegt? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Weiß das jemand? Wir haben insgesamt n Eimer. Jeder von denen ist genau gleich groß und die Eingabezahlen sind zufällig gleich verteilt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass a von j in einem gewissen Eimer landet, ist für jeden Eimer die gleiche. Nachdem wir n Eimer haben, genau, ist dann die Wahrscheinlichkeit 1 durch n, dass er in diesem Eimer landet. Also der Erwartungswert von xj 1 durch n. Das heißt, wenn wir jetzt das hier einfach alles aufsummieren, da haben wir den Erwartungswert von n i, wäre jetzt die Summe über 1 durch n. Das heißt, n mal 1 durch n, also das ist 1. Wir brauchen aber den Erwartungswert von n i Quadrat. Das heißt, wir müssen diese ganzen Summen hier nochmal quadrieren. Wir müssen das hier alles nochmal zum Quadrat nehmen. Und dafür, wenn wir das hier alles quadrieren, müssen wir ein bisschen aufpassen, dann nehmen wir jetzt die Summe, nehmen wir jetzt quasi jedes Produkt. Also wir nehmen die Summe von 1 bis n und dann nochmal die Summe von k bis n und wir nehmen das Produkt von xj und von xk. Also jedes xj wird mit jedem anderen multipliziert. Das bedeutet zum einen, wir multiplizieren jedes xj einmal mit sich selbst und dann nochmal mit jedem anderen, also mit jedem k ungleich j. das heißt, für unser n i Quadrat können wir jetzt die Formel so aufstellen und jetzt brauchen wir den Erwartungswert von dieser großen Formel. Und wir wollen unsere Behauptung beweisen, dass der Erwartungswert von n i Quadrat kleiner gleich 2 minus 1 durch n ist. So fügen wir es hier wieder ein und durch die Linearität des Erwartungswerts dürfen wir das e hier jeweils reinziehen. Das bedeutet, um den Erwartungswert von n i Quadrat zu kriegen, müssen wir jetzt diesen Erwartungswert und diesen Erwartungswert hier berechnen. Und diese beiden Typen von Erwartungswerten, die behandeln wir jetzt getrennt. Schauen wir uns erstmal den ersten Teil hier an. Was ist der Erwartungswert von xj zum Quadrat? Das müsste dann einmal die Wahrscheinlichkeit sein, dass es 1 wird und dann 0 mal die Wahrscheinlichkeit, dass es 0 wird. Genau. Und die Wahrscheinlichkeit, dass xj Quadrat gleich 1 ist, ist natürlich genau die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie dass xj gleich 1 ist, weil 1 zum Quadrat ist 1. Und damit haben wir jetzt hier einfach wieder den Erwartungswert von xj stehen und da haben wir gerade eben schon argumentiert, dass es 1 durch n ist. Das heißt, der Erwartungswert von xj Quadrat liegt jetzt auch bei 1 durch n. Und für diesen Teil hier, das ist natürlich unabhängig von j, diesen Teil hier, hier sind die beiden jetzt unabhängig. also xj und xk, wenn die unterschiedliche Zahlen sind, dadurch, dass unsere Zahlen im Eingabefeld zufällig und gleich verteilt sind, sind eben die Werte von a von j und a von k komplett unabhängig. Das heißt, das hier sind unabhängige Ereignisse und bei unabhängigen Ereignissen, bei unabhängigen Zufallszahlen, dürfen wir einfach das Produkt nehmen. Das heißt, wir müssen jetzt nicht nochmal die bedingten Wahrscheinlichkeiten uns anschauen. Und das hier kennen wir, das hier kennen wir, das hier war 1 durch n, das hier war 1 durch n, also kommen wir auf 1 durch n Quadrat und damit ist das hier auch wieder unabhängig von j und auch unabhängig von k. Wir haben hier, wenn wir jetzt sagen, unser n ist fix, quasi jeweils eine Konstante stehen, die uns sagt, was ist jetzt der Erwartungswert für diese beiden Zufassvariablen. Setzen wir es also hier oben ein, wir fassen die Zwischenergebnisse zusammen, setzen wir an dieser Stelle 1 durch n ein, an dieser Stelle 1 durch n Quadrat und nachdem jetzt nichts von j abhängt, können wir diese Summen hier einfach nehmen und das, was hier steht, mit der Anzahl der Werte hiervon multiplizieren. Also wir haben hier die Summe von j gleich 1 bis n über 1 durch n, sprich wir haben n mal 1 durch n stehen. Hier setzen wir 1 durch n Quadrat ein, hier haben wir n Summen und hier alle bis auf den Wert von j, also nochmal n minus 1, haben wir hier n mal n minus 1 mal 1 durch n Quadrat stehen. Und wenn wir das hier jetzt ausmultiplizieren, haben wir hier vorne eine 1, hier haben wir n mal n durch n Quadrat, ist auch wieder eine 1 und n mal minus 1 durch n Quadrat. Also 1 plus, wir nehmen einfach die beiden miteinander, streichen jeweils ein n weg, n minus 1 durch n, also kriegen wir hier 1 plus 1 minus 1 durch n oder andersrum 2 minus 1 durch n. und das war genau unsere Behauptung hier oben. Das heißt, unsere Behauptung, die wir vorhin so ganz frech aufgestellt haben, die ist korrekt, die haben wir hier bewiesen und jetzt können wir nochmal zurückgehen zu der Stelle. Wir haben behauptet, das hier gilt und haben dann gesagt, ja, wenn diese Behauptung korrekt ist, was wir jetzt bewiesen haben, dann kriegen wir hier Theta von n aus. Also wir würden hier jetzt überall 2 minus 1 durch n einsetzen, hängt wieder nicht vom i ab, also haben wir n mal 2 minus 1 durch n und das ist 2n minus 1. Und 2n minus 1 liegt offensichtlich in Theta von n, also ist das Ganze hier in Theta von n und damit haben wir unsere erwartete Laufzeit vom Bucketsort, die wir rauskriegen wollten, bewiesen, die linear ist. Nur, wie gesagt, halt mit dem Hinweis, wir brauchen, dass diese Eingabe zufällig gleich verteilt ist, ansonsten dürfen wir halt nicht den Erwartungswert über die Eingabe berechnen, sondern höchstens über die Flamutation. Okay, das war der fehlende Teil von gestern. Dann wollen wir jetzt einmal zu unserem neuen Teil kommen, nämlich das sogenannte Auswahlproblem. Schauen wir uns mal an, angenommen, wir wollen Messreihen analysieren, das heißt, wir haben gegeben eine Reihe von n Messwerten, a von 1 bis n und wir wollen hier jetzt einen guten Mittelwert finden. Also zum Beispiel haben wir hier sechs Werte, alle zwischen 0 und 3 und wir wollen hier jetzt einen guten Mittelwert uns anschauen. Was würdet ihr hier als eure Mittelwert wählen? Zwei, ja, wie kommt ihr auf die zwei, wie habt ihr die ausgewählt? zwei Größere und zwei kleiner, ja. Man könnte zum Beispiel sagen, wir nehmen halt jetzt einfach das akithmetische Mittel, das heißt, wir berechnen den Durchschnitt von allen Werten, die wir hier haben. Wir haben zwei mal die zwei, zwei größer, zwei gerade runter, genau, wir haben alle zusammen, ergibt zwölf, durch die Anzahl sind sechs Stück, kommen wir auf die zwei. Das ist mir jetzt hier ein guter Mittelwert. Jetzt gucken wir uns aber nochmal eine andere Messreihe an, die ein bisschen schief gelaufen ist. Wir kriegen hier jetzt nochmal einen Wert, der liegt bei minus 19. Was passiert jetzt? Wir hatten hier Summe zwölf, minus 19, ergibt die Summe also minus sieben, geteilt durch sieben Werte, dann wäre jetzt unser Mittelwert hier bei minus eins. Und das spiegelt jetzt eigentlich nicht mehr so gut diese Messreihe wieder, wenn wir einfach sagen, ja im Mittelwert wurde minus eins ausgegeben, wenn eigentlich alle bis auf einen darüber liegen. Da gibt es jetzt natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, wie man das Problem angehen kann. Man kann Ausreißer rausschmeißen, man kann zusätzlich zum Mittelwert vielleicht auch noch so Bereiche angeben, man kann die Varianz angeben, aber wenn man es sich einfacher macht, kann man stattdessen auch einfach den Median verwenden. Man kann das ja trotzdem immer noch mit Konfidenzintervallen und Varianz und Ausreißern kombinieren. Der Median ist in unserem Fall jetzt einfach, wenn wir diese Messreihe nehmen und die sortiert anschauen, ist es das, was am Index n plus 1 halbe abgerundet steht. Dann habe ich jetzt an die falsche Stelle gesetzt, das sollte eigentlich hier sein, das hier in der Mitte ist der Median. Ah ne, ja genau, 4, Index 4. Das heißt, unser Median hier ist es an dieser Stelle. Die Box schiebe ich mal nochmal 1 nach links. Oh. Der Median ist für uns also jetzt erstmal stabiler gegen Ausreißer als das arithmetische Mittel. Und wir wollen uns heute mal angucken, wie kann ich jetzt denn den Median von meiner Messreihe schnell ausrechnen. Für das arithmetische Mittel ist es ja relativ einfach. Ich nehme einfach all diese Werte teile sie durch n. Das heißt, wir haben das hier in o von n Zeit gemacht. Aber wie funktioniert das bei Media bzw. ganz allgemein, wenn ich jetzt vielleicht nicht nur das mittlere, sondern irgendein bestimmtes Element Element haben will, können wir uns das Auswahlproblem definieren und es sagt uns, was ist denn das i kleinste Element. Für den Median wäre das i halt einfach wieder n plus 1 halb. Hat jemand von euch einen Vorschlag für mich? Wie kann ich dann das i kleinste Element jetzt in meinem Array finden? Sortieren, seid ihr schon direkt bei der schlaueren Variante gekommen? Also, es gibt natürlich einmal die Variante wir suchen die kleinste Zahl nehmen sie raus dann nochmal die kleinste nehmen sie raus und machen das i mal dann sind wir beim i kleinsten und die schlauere Version ist, wir sortieren das einfach und geben a von i zurück und kommen damit auf Worst Case Laufzeit Theta von n log n wenn wir nichts über diese Zahlen wissen, die wir von auch schneller schneller als ein Theta von n log n seite hin es gibt natürlich gewisse Spezialfälle zu einem den Median aber auch das Minimum finden oder das Maximum finden das wäre jetzt auch ein Spezialfall davon wenn man einfach i gleich 1 oder i gleich n setzt und für diese beiden hier kriegen wir das auf jeden Fall schneller hin das dürft ihr euch jetzt einmal überlegen wie können wir denn das Minimum von einem Array berechnen ohne dass wir sortieren müssen geben ich euch mal wieder zweiter Minuten Zeit dass ihr das versuchen könnt aufzuschreiben das bis 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 Okay, ich wollte schon sagen, n ist nämlich immer kleiner n plus 1. Ah, da sehe ich schon zwei Codes. Das schaut gut aus, Herr Weich. Okay, das schaut auch gut aus und müssen, aber erst einmal die Variable min initialisieren. Genau. Schauen wir uns einmal meinen Code an. Ich starte nicht mit min gleich 0. Da muss man ein bisschen aufpassen, weil wenn man mit min gleich 0 startet, dann funktioniert es nicht, wenn man negative Zahlen hat. Beziehungsweise es könnte, ja doch, wenn man negative Zahlen hat, funktioniert es. Wenn alle größer 0 sind, dann wird es 0 als Minimum ausgeben. Deswegen starte ich mit min einfach als dem ersten Element. Was man in der Praxis häufig auch macht, ist, dass man Minimum auf unendlich am Anfang setzt, zum Beispiel Integer Max Value oder Integer Positive Infinity und dann davon arbeitet. Und jetzt gehen wir hier aber einfach durch alle Listenelemente von 2 bis n und immer wenn es kleiner ist als das Minimum, das wir bisher gefunden haben, aktualisieren wir das. Und wenn wir uns die Laufzeit anschauen, schauen wir uns hier einfach wieder die Anzahl der Vergleiche an. Das ist innerhalb der Schleife hier und da kommen wir auf genau n minus 1. Das heißt, wir haben hier Laufzeit Theta von n. Wir wollen jetzt zwei Fragen betrachten. Zum einen ist das hier optimal. Und dafür, um das zu analysieren, könnte ich Min am Anfang nicht auf einen beliebigen Wert des Arrays setzen. Wir können es auf einen beliebigen Wert setzen, genau. Das ist völlig egal. Wir fangen hier einfach nur mit a von 1 an, weil wir dann halt schön von links nach rechts gehen können. Das könnte aber ein beliebiger sein. So sparen wir uns halt einen Vergleich. Wir müssen nicht nochmal das Minimum mit a von 1 vergleichen. Ich behaupte jetzt, wir können das gar nicht schneller als mit n minus 1 vergleichen machen. Und so eine kurze Argumentation ist, wir betrachten uns ein K.O.-Turnier. Also, es spielen immer zwei Spieler gegeneinander und der Verlierer scheidet aus. Wenn man da einen Gewinner haben will am Ende, was jetzt unserem Minimum entspricht, bedeutet das, dass jeder Spieler mindestens einmal verloren haben muss, damit er ausgeschieden ist. Bis auf diesen Gewinner. Das heißt, für unseren n Spielern müssen n minus 1 einmal ein Spiel verloren haben. Das heißt, wir brauchen mindestens n minus 1 Spiele. Das bedeutet, wir können Minimum und Maximum nicht mit weniger als n minus 1 vergleichen finden. Und damit ist das hier jetzt ein optimaler Algorithmus. Wie schaut es jetzt aber mit dem Median aus? Geht es auch in linearer Zeit? Und als kleiner Einschub können wir vielleicht das Minimum und das Maximum zusammen mit weniger als 2 mal n minus 1 vergleichen berechnen. Was eigentlich auch schon für sich genommen eine recht interessante Frage ist. Wir können natürlich das Minimum finden, indem wir das hier machen und das Maximum, indem wir das dann nochmal mit Max machen. Dann haben wir 2 mal n minus 1 vergleichen. Aber wenn wir beides wollen, dann geht das sogar ein bisschen schneller. Und das ist eigentlich eine relativ einfache Konstruktion. Deswegen wollen wir da einmal ganz kurz drüber gehen. Wir schauen uns jetzt an, die Anzahl der Vergleiche, die wir brauchen, um Minimum und Maximum von n Zahlen zu bestimmen. Natürlich kleiner gleich 2 mal v min gleich 2 n minus 1. Aber ich zeige euch jetzt eine Methode, wie das ein bisschen schneller geht. Und zwar, statt für die Beide von links nach rechts durchzugehen, schauen wir uns die in zweier Paaren an. Wir nehmen also die ersten beiden Elemente und vergleichen die. Und nehmen wir jetzt mal davon an, das erste ist größer als das zweite. Dann bedeutet das, das erste kann gar nicht mein Minimum sein, also brauche ich das gar nicht mit dem Minimum vergleichen. Und das zweite kann gar nicht Maximum sein, also brauche ich es gar nicht mit dem Maximum vergleichen. Zur Initialisierung nehmen wir einfach das Größere von beiden, packen sie ins Maximum, das Kleinere packen sie ins Minimum. Und jetzt gehen wir durch die nächsten beiden. Angenommen, das Rechte ist größer, kann das wieder nicht Minimum sein, also müssen wir es nur mit dem Maximum vergleichen, das linke nur mit dem Minimum. Gehen wieder durch, das Größere vergleichen machen wir mit dem Maximum, das Kleinere mit dem Minimum und so weiter. Also zählen wir jetzt mal die Anzahl der Vergleiche hier. Ganz am Anfang hier haben wir einen einzelnen Vergleich und zwei Zuweisungen. Hier vergleichen wir die Elemente miteinander und jeweils eins mit Minimum und Maximum, also drei Vergleiche. Dementsprechend hier auch drei, hier auch drei und so weiter. Und wenn wir das jetzt aufsummieren, haben wir hier einmal eins. Gehen wir jetzt mal davon aus, dass n gerade ist. Und dann haben wir n halbe minus eins mal, also für die restlichen n minus zwei, jeweils in zweier Paaren, braucht man jeweils drei Vergleiche. Und wenn wir das jetzt ausrechnen, hier haben wir drei mal n halbe, eins minus drei, also haben wir hier jetzt nur drei mal n halbe minus zwei Vergleiche gebraucht. Also, obwohl das immer noch in Theta von n liegt, haben wir jetzt hier diese Konstante von zwei auf drei halbe reduziert. Das ist für unsere Analysen natürlich vollkommen egal, aber in der Praxis gibt es auch doch Unterschiede. Also, das hier ist einfach mal 25% schneller als das hier oben. Und wenn man sehr große Messreihen hat mit Millionen von Zahlen, dann kann das schon mal einen Unterschied machen. Und es gibt auch genug Leute, die sich nur damit beschäftigen, eben diese Konstanten bei gewissen einfachen Berechnungen runterzudrücken. Immer mit dem Ziel, dass hier einfach nur n steht und nicht irgendeine Konstante mal n. Und hinten vielleicht nur noch ein bisschen was Kleines drauf verdient wird. Die Frage ist wieder, ist das hier optimal? Also, geht es nicht besser? Da ist es jetzt schwieriger zu argumentieren, wie mit dem Turniergrafen, dass es nicht besser geht. Mir ist aber zumindest kein besserer Algorithmus hier bekannt. Ob es einen besseren gibt, ist aber, glaube ich, noch offen. Wüsste ich nochmal nachschauen, wie der aktuelle Stand ist. Okay, das war natürlich jetzt die einfache Frage. Aber im Rest der Vorlesung wollen wir uns mit dem Auswahlproblem beschäftigen. Also, wie können wir das i-kleinste Element uns suchen. Und das möglichst ohne, dass wir das Ganze sortieren müssen. Zur Erinnerung, wir hatten letzte Woche den Quicksort-Algorithmus. Er hat so ausgeschaut, wir nehmen unser Array, wir haben linke und rechte Grenze, wir führen dieses Partition aus, also wir nehmen das rechteste Element und schieben es an die entsprechende Stelle und haben dann links davon alles kleiner, rechts davon alles größer und rekursiv rufen wir dann das Quicksort auf. Sprich, nach Partition hat man die Situation hier, alles hier ist kleiner gleich, alles hier ist größer und auf diesen beiden Bereichen hier machen wir jetzt hier was Quicksort. Wir wollen jetzt diese gleiche Idee verwenden, auch für unser Auswahlproblem. Wir haben hier das Ganze dann noch anonymisiert für die Analyse und für hier wollen wir genau das Gleiche verwenden. Wir wollen das wieder randomisiert machen, machen eine linke Grenze, rechte Grenze und wir haben hier unser i, das ist das i-kleinste Element. Und wenn, das sagt uns jetzt ja gut, wenn wir hier jetzt nur noch ein Element übrig haben, dann müssen wir genau das zurückgeben. Wir mussten jetzt eventuell nochmal überprüfen, ob i auch wirklich gleich 1 ist, ansonsten wird man irgendeinen Fehler zurückgeben, das gibt es einfach gar nicht. Wir gehen jetzt fast genauso vor, wie hier an der Stelle hier. Also hier haben wir, wenn das Gleiche ist, geben wir es zurück, hier haben wir einfach nur, wenn l kleiner r ist, das heißt nach dieser Zeile sind wir in der gleichen Situation. Wir machen wieder unser Randomized Partition. Also wir machen die gleiche Aufteilung wie vorhin. Wir haben wieder unser m. Und jetzt wissen wir, alles hier ist kleiner gleich m, alles hier ist größer, also können wir einfach gucken, in welchen von den Bereichen liegt denn jetzt unser i-kleinstes Element. Das heißt, wir schauen uns an, wie viele Elemente sind hier. Dieses k, das ist m-a-1, also der Rang von a von m. In diesem Bereich. Und vergleichen das i mit dem k. Wenn wir das i-kleinste Element hier wollen, und wir wissen, das i entspricht dem k, dann müssen wir genau das k-kleinste ausgeben. Das heißt unser a von m. Und damit haben wir es schon gefunden. Ansonsten, wenn es kleiner als k ist, dann wissen wir, es liegt irgendwo in diesem Bereich. Also rufen wir einfach rekursiv wieder unser Randomized Select auf, auf diesen Bereich. Und das entspricht jetzt genau auch wieder dem linken Bereich, den wir hier in Quicksort benutzt haben. Ansonsten bedeutet es, i ist größer k, also muss hier drüben liegen. Also rufen wir Randomized Select hier für diese rechte Seite auf. Und das entspricht auch wieder der rechten Seite, die mein Quicksort benutzt hat. Unser Algorithmus ist also fast genau der gleiche wie Quicksort, aber mit einem wesentlichen Unterschied. Bei Quicksort mussten wir immer in beide Teil-Arrays weitergehen und da rekursiv alles wieder sortieren. Hier, nachdem wir nur ein einziges Element, das i-kleinste, brauchen, sobald wir wissen, in welchen von den beiden Teilen ist, müssen wir den anderen nicht mehr sortieren, sondern wir müssen nur auf einer Seite weitergehen. Und das macht die Laufzeit natürlich viel besser. Statt hier regressiv in m-l Elemente und r-m-plus-1 Elemente anzuschauen, brauchen wir nur eins davon. Das wäre jetzt, wenn wir uns das bei Merge Sort überlegen, wäre das jetzt statt 2 mal t von n halbe plus n, wäre es jetzt nur einmal t von n halbe plus n, wodurch die Laufzeit dann wieder runtergehen würde. Versuchen wir mal die Laufzeit hiervon zu analysieren. Und dafür wollen wir wieder die Anzahl der Vergleiche uns anschauen, die unser Randomized Select durchführt. Und nachdem wir das Ganze randomisiert haben, muss man das natürlich wieder mit einer Zufallsvariable machen. Und die Zufallsvariable hängt jetzt von n und von i ab. Um uns das Ganze ein bisschen einfacher zu machen, wir wollen jetzt die Laufzeit von oben abschätzen, gehen wir einfach davon aus, das gesuchte i-te, also i-kleinste Element, liegt immer im Größeren von diesen beiden Teilfeldern. Dann braucht man weniger Fälle, die wir uns anschauen müssen. Und das ist natürlich immer der schlechtere Fall. Wir gehen jetzt einfach davon aus, wir haben immer Pech, es ist immer im Größeren gelandet. Sprich, wenn wir unser Randomized Partition aufgerufen haben, wir haben unser M hier in der Mitte, wird man jetzt davon ausgehen, okay, es liegt halt jetzt hier. Die Wahrscheinlichkeit, dass es im Größeren liegt, statt dass es im Kleineren liegt, ist... Man kann sagen, wenn man es euch auf 1 anschaut, ist die Wahrscheinlichkeit, dass es hier liegt, natürlich größer. Aber wenn man sich das nach der Randomisierung von dem Partition anschaut, dann... Ja, unser M kann hier liegen, es kann hier liegen, es hat die gleiche Wahrscheinlichkeit. Aber da wollen wir jetzt mal nicht so genau auf die Analyse eingehen, das macht es nur komplizierter. Wir nehmen einfach den schlechtesten Fall an. Wir müssen immer in das Größere gehen. Schauen wir uns die Zufallsvariable V von N an. Also die Zufallsvariable, die uns sagt, wie viele Vergleiche müssen wir jetzt für Randomized Select durchführen. Das ist jetzt eine obere Schranke für die Anzahl von Vergleichen, die wir kriegen. Und die ist unabhängig von I. Wir kriegen jetzt was, wir gehen einfach immer in das Größere. Es ist uns völlig egal für diese Analyse, was das I tatsächlich ist. Wir schauen uns einfach immer nur an, wie viele Elemente haben wir im größeren Teilarray drin. Versuchen wir das Ganze mal aufzustellen. Wir haben N Elemente. Wie viele Vergleiche brauchen wir? Erstmal müssen wir unser Partition oder Randomized Partition ausführen. Davon wissen wir natürlich, wie viele Vergleiche das braucht. Aber dann müssen wir rekursiv weitermachen. Und wo wir weitermachen müssen, das hängt jetzt davon ab, welches M uns das Partition ausspuckt. Also gehen wir hier einmal durch alle Fälle durch. Wenn uns das M gleich 1 ausspuckt, also unser M liegt hier, dann müssen wir in einem größeren Teilarray hier drüben durchgehen. Hier sind noch N minus 1 Zahlen. Wenn es uns M gleich 2 ausspuckt, also M liegt hier, müssen wir wieder ins Größere. Hier sind noch N minus 2 Zahlen. Wenn es uns 3 ausspuckt, müssen wir hier durch N minus 3 Zahlen. Also solange M in der linken Hälfte ist, gehen wir im schlechtesten Fall immer ins rechte Stück. Und das sind N minus M Zahlen drin. Wenn wir bei der Mitte angekommen sind, dann ist es egal, dann haben beide gleich viele Zahlen, nämlich N halbe abgerundet. Und ab da ist jetzt M in der rechten Hälfte. Das heißt, unser linkes Teilarray ist immer größer. Also gehen wir immer da weiter. Wenn wir also zum Beispiel unser M ganz hinten haben, N minus 1, das ist an der Stelle hier, haben wir hier noch N minus 2 Zahlen übrig. Wenn es ganz rechts ist, dann haben wir hier noch N minus 1 Zahlen. Also abhängig davon, wie unser M ausschaut, können wir uns hier angucken, wie viele Vergleiche wir brauchen, indem wir da so eine Rekursionsformel aufstellen. Wenn wir uns das hier jetzt aber angucken, dann sehen wir, ja, ich sage mal erstmal, die Anzahlvergleich für Partition ist N minus 1. Das kennen wir aus der Quicksort-Vorlesung. Und hier haben wir, alle Fälle sind gleich wahrscheinlich. Nachdem wir Randomized Partition haben, es wird ein zufälliges Element ausgewählt. Das heißt, dass die Wahrscheinlichkeit, dass wir zufällig das Kleinst, die hier ausgewählt haben, ist die gleiche Wahrscheinlichkeit, wie das wir zufällig das zweitgrößte und dass wir zufällig das mittlere gewählt haben. Also jeder von diesen Wahrscheinlichkeiten ist gleich, vorausgesetzt, dass alle Elemente verschieden sind. Da gehen wir jetzt mal von aus, ansonsten macht es das nur ein bisschen komplizierter. Und uns fällt auf, ja, für den ersten und letzten Fall kriegen wir hier genau die gleiche Rekursionsformel hin. Kriegen hier N minus 1, hier auch, hier haben wir N minus 2, hier auch. Das heißt, wir haben jede von diesen Fällen im Prinzip zweimal. Wenn M in der linken Hälfte ist oder wenn es in der rechten Hälfte ist, haben wir hier symmetrische Fälle. Versuchen wir uns das also mal aufzuschreiben. Wenn wir jetzt den Erwartungswert für unsere Anzahlvergleiche anschauen, brauchen wir einmal diesen Teil hier, N minus 1 und dann müssen wir alle Fälle hier angucken, wobei jeder doppelt vorkommt. Also haben wir 2 mal 1 durch N, was jeweils die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Fall eintritt. Und hier nehmen wir jetzt die Summe von N halbe bis N minus 1. Also wir schauen uns diese hier unten an, jeweils über den Erwartungswert von V von K. Also 2 bedeutet, wir haben alles einmal hier und einmal oben. Hier kommt jeweils doppelt vor. 1 durch N ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir in diesem Fall gelandet sind, beziehungsweise in diesem Fall gelandet sind. Und alle Fälle, die übrig bleiben, wenn wir die hier verknüpfen, sind eben, wir fangen bei der Hälfte an, wir gehen bis N minus 1, also wir schauen uns nur diesen Teil hier an und nehmen wir jeweils den Erwartungswert für die Anzahl der Vergleiche, die wir hier brauchen. Das ist also eine ziemlich große Formel und hier müssen wir uns jetzt irgendwie versuchen auszurechnen, was kommt denn da raus. Und das hier jetzt irgendwie auszurechnen, wenn man nicht weiß, was man denn kriegen will, ist ziemlich schwer. Wir wissen auf jeden Fall, dadurch, dass wir wissen, dass Quicksort hier im erwarteten Fall in Theta von N Log N Zeit läuft, hier machen wir ja nur weniger als Quicksort, also wir vergessen jeweils das kürzere Array. Also die Laufzeit kann hier nicht schlechter sein als die von Quicksort. Also wissen wir auf jeden Fall schon mal, dass das in O von N Log N liegt. Und jetzt wollen wir halt einfach versuchen zu zeigen, dass es sogar schneller ist. Das heißt, wir probieren jetzt einmal zu zeigen, dass die erwartete Laufzeit hier sogar in O von N liegt. Das bedeutet, dass die kleiner gleich irgendeine Konstante mal N ist für irgendeine Konstante C-Gris A0. und das machen wir jetzt hier auf der nächsten Folie. Irgendwo zwischendrin Fragen habt oder man nicht mitkommt, einfach schreiben, handheben, reinreden. Da antworte ich das gerne. Wir haben uns hier jetzt also unsere Formel aufgestellt, unsere große Formel hier. Wir wollen das ausrechnen und um es ein bisschen einfacher zu machen, wenden wir jetzt die Substitutionsmethode. Das heißt, wir nehmen den Erwartungswert von V von N und wir schreiben dafür F von N. Also wir definieren quasi eine Funktion F von N, die entspricht genau dem Erwartungswert von V von N, was das hier dann kürzer macht. Setzen wir das hier also mal ein. Wir haben eine Funktion von N, C ist kleiner gleich N plus 2 durch N mal diese Summe über F von K. Und wir wollen prüfen, ob diese Funktion in O von N liegt, also ob wir eine Konstante haben, sodass F von N kleiner gleich C ist. Und dafür nehmen wir jetzt einfach diese, nehmen wir das Ganze an und setzen das hier in F von K ein. So, nehmen unsere Annahme, packen die hier rein und schauen, ob das Ganze hier aufgeht. Das hier ist jetzt wie Induktion. Wir können uns vorstellen, ja, wir fangen an mit F von 1. Bei F von 1 braucht man 0 Vergleiche, also ist das auf jeden Fall kleiner gleich C für jedes C. Dann haben wir unsere Induktionsanfang. Also ist unsere Induktionsannahme, wir haben für alle bis N minus 1, das ist schon gezeigt. Und unsere Induktionsschluss ist, wir zeigen das jetzt für F von N. also dürfen wir für dieses F von K wieder unsere Formel einsetzen. Das probieren wir jetzt ein bisschen zu vereinfachen. Und zwar, wir haben hier eine Summenformel. Hier steht jeweils C mal. Also ziehen wir dieses C mal, was eine Konstante ist, einfach raus und klammern das aus. Zweitens, wir haben hier so eine blöde Summe, die startet bei N halbe und geht bis N minus 1. Das können wir uns aber auch vereinfachen, indem wir das einfach aufteilen. Wir nehmen hier einfach die Summe von 1 bis N minus 1 und jetzt haben wir aber zu viel gezählt, nämlich alles von 1 bis N halbe minus 1. Das müssen wir wieder abziehen. Also ziehen wir diese Summe hier wieder ab. Und jetzt haben wir hier zwei Summen in einer Form, die wir schon zigtausend Mal gesehen haben. Das ist wieder jeweils unsere arithmetische Reihe. Also dürfen wir diese beiden Summenformeln hier jetzt einfach ersetzen durch die geschlossene Form, die wir hier haben. Machen wir das einmal hier von 1 bis N minus 1. Also kriegt man N mal N minus 1 halbe. Von 1 bis N halbe abgerundet minus 1. Also kriegt man N halbe abgerundet mal N halbe abgerundet minus 1 halbe. Wie wir die Summe aufgeteilt haben. Genau. setzen wir einfach mal Werte ein. Sagen wir mal unser N ist 11. Dann haben wir hier stehen 11 halbe abgerundet. Also K gleich 5 bis 11 minus 1 bis 10. Also wir nehmen die Summe von 5 bis 10 über 10 mal K. Nachdem wir aber jetzt keine Formel haben, die mit 5 anfängt, sagen wir einfach, stattdessen nehmen wir einfach alle Zahlen von 1 bis 10 über 10 mal K und ziehen danach die Zahlen von 1 bis 4 über 10 mal K wieder ab. Und was dann übrig bleibt, sind wieder die Zahlen von 5 bis 10. Wir haben jetzt also umgeformt, wir haben die geschlossene Form eingesetzt, also haben wir hier jetzt erstmal eine schöne Formel, je nachdem wie ihr schön definiert, die auf jeden Fall keine Rekursion mehr drin hat und hier können wir jetzt ganz normale Mathematik anwenden, ein bisschen umrechnen. Das heißt, erstmal fällt uns auf, ja wir haben hier zweimal stehen, wir teilen hier jeweils durch 2, das heißt, die 2er können wir miteinander kürzen und um uns das Ganze einfacher zu machen, nehmen wir hier dieses abgerundet und schätzen das ab, nachdem wir abziehen, müssen wir hier jetzt irgendwas einsetzen, was auf jeden Fall kleiner gleich n halbe abgerundet ist, das heißt, wir ersetzen das jetzt einfach durch n halbe minus 1, also haben wir hier n halbe minus 1 stehen, hier n halbe minus 2. Jetzt versuchen wir einmal dieses n mit diesen n's hier drinnen zu kürzen, schauen wir uns das einmal an, wir haben hier vorne n mal n minus 1 halbe stehen, wenn wir das durch n teilen, haben wir hier natürlich genau n minus 1 und diesen ganzen Teil hier haben wir einmal ausmultipliziert, so n halbe mal n halbe ist n Quadrat Viertel, geteilt durch n sind wir bei n Viertel. n halbe mal minus 2 ist n, n halbe mal minus 1 ist minus n halbe, also sind wir bei minus 3 n halbe, teilen das durch n mit dem Minus hier vorne kommen wir auf plus 3 halbe. Und ganz hinten minus 1 mal minus 2 ist eine 2, durch dieses Minus hier kommen wir auf minus 2 geteilt durch das n von hier vorne, minus 2 durch n. Und das, was hier drin steht, wollen wir jetzt einmal wieder vereinfachen, heißt, wir nehmen einmal diesen Faktor minus 2 durch n und wir machen es uns jetzt wieder einfacher und sagen, ja gut, wir wollen das nach oben abschätzen. Das hier ist auf jeden Fall negativ, also schmeißen wir das einfach raus. Was noch übrig bleibt, ist jetzt n plus c mal das, was hier steht. Und da fassen wir erst mal die n Faktoren zusammen, n minus n Viertel ist 3 n Viertel und hier minus 1 plus 3 halbe ist 1 halb oder wenn wir es hier mit draufschreiben wollen, 2 Viertel. Also haben wir n plus c mal 3 n plus 2 halbe hier stehen. Wunderschöne Rechnung bisher. Und das ist jetzt erst mal schon mal eine schönere Variante für das, auf das wir kommen wollen, aber wir wollen im Endeffekt zeigen, das hier ist kleiner gleich c mal n. Also irgendwie müssen wir das hier nochmal auf eine Form kriegen, dass wir hier c mal n minus irgendwas stehen haben. Wir haben hier jetzt c mal 3 n Viertel. Ein einfacher Trick, den man anwenden kann, wenn man irgend sowas kriegen will, ist, wir nehmen einfach diese Formel und wir schreiben hin plus c n minus c n. Das darf man natürlich hier was machen. Man darf immer was drauf addieren und wieder abziehen. Versuchen wir das mal an dieser Stelle hier. Wir machen plus c n minus c n. dann kriegen wir unser c n hier vorne und auf der rechten Seite haben wir dann noch dieser ganze Quatsch hier minus c n. Das heißt, wenn wir das so mit einem Minus schreiben wollen, wir haben hier n stehen, haben wir minus minus n und wir haben c n minus minus dieses ganze Zeug hier. Und das kann man natürlich gegeneinander aufrechnen. Jetzt haben wir n minus 3 n plus 2 Viertel und da kriegen wir raus n minus 2 Viertel. Also haben wir jetzt eine Formel aufgestellt, die diese Form hat. Wir haben c n minus irgendwas. Und um zu zeigen, dass diese Funktion jetzt wirklich kleiner gleich c n ist, müssen wir jetzt zeigen, dass dieser Teil hier auf jeden Fall positiv ist. Lassen wir hier irgendwas Positives abziehen, weil wenn das hier negativ wird, dann würde das Ganze eher größer werden und dann hätten wir jetzt nur bewiesen, f von n ist kleiner gleich c n, sagen wir mal plus 20 und nicht, dass es kleiner gleich c n. Also jetzt noch einmal die Frage beantworten, ist das hier dann wirklich positiv? Und da kann man jetzt ausnutzen, dass wir unser c noch gar nicht ausgesucht haben. Wir wollen also nur beweisen, es gibt irgendein c, sodass das funktioniert, also können wir unser c jetzt einfach so wählen, dass das hier positiv ist. Was müssen wir hier also erreichen? c mal n minus 2 Viertel muss größer gleich n sein. Sprich, c muss größer gleich 4n durch n minus 2 sein, indem wir einfach auf beiden Seiten noch mal durch n minus 2 Viertel teilen. Und wenn wir uns jetzt das hier angucken und wir davon ausgehen, ja, kann man hier erst mal auf beiden Seiten wieder durch n teilen, wir streichen das n hier oben, hier oben, das hier kriegen hier 4 durch 1 minus 2 durch n und wenn wir jetzt unser n gegen unendlich laufen lassen, sehen wir, das hier geht gegen 0, also wird das hier 4, beziehungsweise es nähert sich von oben der 4 an, das ist das, was wir hier mit dem Plus ausdrücken wollen. Es ist immer größer 4, aber es nähert sich von oben immer weiter der 4 an. Also wir haben jetzt gezeigt, wenn n gegen unendlich geht und wir eine Konstante nehmen, die ein bisschen größer 4 ist, dann gilt das, aber wir brauchen jetzt natürlich die Konstante, die hier immer funktioniert, aber hier dürfen wir jetzt das zweite von den O-Notationen ausnutzen. Für die O-Notationen brauchen wir eigentlich nur das gilt ab einer gewissen Grenze N-Nun. Das heißt, was wir hier jetzt machen, ist, wir wählen unser C als ein gewisses 4 plus Epsilon. Also wir nehmen die 4 und befügen irgendeinen Wert Epsilon hinzu und solange unser N jetzt größer gleich 8 durch Epsilon plus 2 ist, gilt jetzt, dass C größer gleich 4N durch N minus halbe ist. Wie kommen wir hier drauf? Wir haben 4 plus Epsilon. Wenn wir jetzt das hier einsetzen, N größer gleich 8 durch Epsilon plus 2, dann müssen wir jetzt hier an dieser Stelle einsetzen, auf beiden Seiten, beziehungsweise wir können es einfach an dieser Stelle hier einsetzen und dann kommen wir hier auf 2 durch dieses Teil hier und damit ergibt sich das Ganze hier jetzt, dass C größer gleich der 4 ist. Wir müssen hier also einfach nur ein bisschen rumrechnen, wie groß muss denn unser N jetzt abhängig von dem Epsilon sein, damit diese Formel hier erfüllt ist. Und das hier funktioniert jetzt für egal, welches Epsilon ihr aussucht, äh, euch aussucht. Wir können jetzt sagen, okay, das hier ist kleiner gleich 5 mal N, solange unser N mindestens 10 ist, indem wir hier einfach Epsilon gleich 1 einsetzen. Oder wir können es kleiner machen, wir können sagen, ja, wir setzen unser Epsilon auf 0,1, dann ist die Funktion hier kleiner gleich 4,1 mal N, solange N größer gleich, setzen wir es hier ein, 82 ist. Also wenn unser N groß genug wird, dann nähert sich diese Funktion immer weiter dem 4 mal N an. Und das war hier jetzt unsere Berechnung für die erwartete Laufzeit. Also das meiste, was wir jetzt gemacht haben, war, dass wir hier eigentlich Schulmathematik angewendet haben, dass wir hier alle möglichen Umformungen draufgeschmissen haben, um am Ende irgendeine Formel zu kriegen, die von einfach dieses Cn- irgendwas ist, und dann geschaut haben, wie groß muss denn dieser Term werden, wie groß muss das C werden, damit das hier positiv ist und wir unser Ergebnis gekriegt haben. Ihr solltet euch das nochmal zu Hause in Ruhe angucken, das ist jetzt, wenn ich so vorstelle, kommt man da bestimmt an manchen Stellen nicht ganz mit. Ich habe es versucht, so mit den farblichen Markierungen euch ein bisschen einfacher zu machen, die Schritte nachzuvollziehen, aber schaut einfach nochmal, dass ihr das so weit verstanden habt. Die gute Nachricht für euch ist, das war jetzt die letzte erwartete Laufzeit, die wir erstmal analysiert haben, ab jetzt machen wir dann wieder andere Sachen. Was bedeutet es jetzt für uns, wenn wir das Ganze hier randomisiert machen, haben wir bewiesen, der Erwartungswert der Anzahl Vergleiche ist kleiner gleich eine Konstante mal n und das bedeutet, der Erwartungswert liegt in O von n. Also können wir das i kleinste Element in erwartet linearer Zeit finden. Genauer gesagt, für jedes Epsilon größer 0 können wir in der Folge von mindestens 8 durch Epsilon plus 2 Zahlen die i kleinste Zahl mit erwartet 4 plus Epsilon mal n vergleichen finden. Das wäre jetzt die genaue Aussage, wenn man auch mit genau die Anzahl der Vergleiche angeht. Und wir wollen jetzt das aber noch mal ein bisschen verbessern. Wir haben das hier randomisiert, wir haben es erwartete Anzahl der Vergleiche angeschaut. Frage, die wir jetzt haben, kriegen wir das auch deterministisch hin, also ohne Zufall. Also können wir das Auswahlproblem auch im schlechtesten Fall in linearer Zeit lösen. Und das wollen wir jetzt im dritten Teil der Vorlesung von heute noch machen. Die Idee, die wir hier verwenden, ist wieder Divide und Conquer. Aber diesmal wollen wir eine garantiert gute Aufteilung in Teilfelder haben. Und zwar wollen wir eine balanisierte finden, das heißt auf beiden Seiten wollen wir mindestens irgendeine Konstante mal n Elemente haben. Zum Beispiel wenn wir hier jetzt dieses Gamma auf ein Viertel setzen, wird das bedeuten, wir machen eine Aufteilung und unser m liegt jetzt irgendwo in der Mitte, sodass links davon mindestens ein Viertel Zahlen noch sind und rechts davon noch mindestens n Viertel Zahlen sind. Das bedeutet, wenn wir in das größere von beiden laufen, haben wir noch höchstens drei n Viertel Zahlen übrig und nicht höchstens n minus 1. Bedeutet, dass wir jedes Mal, wenn wir rekursiv in einen der Teile gehen, nur noch irgendeinen Bruch haben, den wir darauf anwenden. Also wir haben irgendeine Konstante mal n statt n minus eine Konstante. Das ist der große Unterschied. Wir haben ja unser Partition gehabt, mit dem wir irgendein Element genommen haben. Wir haben hier grundsätzlich das rechteste genommen, wir haben es je nachdem aufgeteilt. Beim Randomized Partition haben wir erst ein zufälliges nach rechts geschoben. Wir passen die Funktion jetzt einfach ein kleines bisschen an, indem wir nicht die Freiheit erlauben, das Pivot-Element selber zu wählen, sondern indem wir das Pivot-Element vorübergeben. Das heißt, die Zeile hier wird rausgeschmissen, wir müssen am Ende nicht nochmal tauschen, aber wir gehen jetzt über alle Elemente auch über das rechteste Element sind. Trotzdem kriegen wir dann am Ende, dass unser Pivot-Element an der richtigen Stelle i steht und können diese Stelle i ausgehen. Das ist eigentlich genau das gleiche wie vorher, was wir ein paar Partition hatten, nur dass wir das Pivot-Element jetzt noch mit übergeben. Und wir gehen wieder davon aus, dass alle unsere Elemente verschieden sind. Das macht es uns ein bisschen einfacher bei der Analyse. Ansonsten, wenn sie nicht verschieden sind, dann macht es es eigentlich nur einfacher. Also die Analyse ist schwerer, aber die Laufzeit ist kürzer. Wir wollen jetzt unser Select deterministisch machen. Also wir haben ein Array a mit linker Grenze, rechter Grenze und wir wollen da drin das i kleinste Element finden. Und ich zeige euch jetzt einmal die Idee, die wir hier verwenden, den Ansatz. Das ist was, auf das wird nie jemand von euch gekommen, auf das wäre ich niemals gekommen, aber die Idee dahinter ist total cool. Wir brauchen fünf Schritte. Wir nehmen unsere N Elemente und wir teilen die in Gruppen der Größe 5 auf. Und die letzte Gruppe, die enthält halt noch die übrigen Elemente. das sind eventuell weniger als 5. Das heißt, wir nehmen unsere Zahlen und wir teilen das jetzt so auf. Wir haben die ersten fünf Zahlen, dann die Zahlen von Stelle 6 bis 10, 11 bis 15 und so weiter. Wir haben ganz viele Gruppen die jeweils fünf Zahlen enthalten. Bei fünf Zahlen kann ich die mittlere ganz einfach finden. Ich kann einfach diese Gruppen sortieren und mir den Median suchen. Das sind jetzt diese pink markierten hier. Das sind jeweils die Mediane in diesen Fünfer Gruppen. Also für jede Fünfer Gruppe weiß ich, das hier ist das dritt kleinste, die beiden hier sind kleiner, die beiden hier sind größer. Wir müssen die zwei hier nicht vergleichen, es ist uns egal, welche von denen kleiner als die andere ist, wir haben hier quasi nur so eine Art Partition gemacht. Das hier liegt in der Mitte, die beiden liegen links und die beiden liegen rechts. Und das können wir natürlich in konstanter Zeit machen, beziehungsweise hier haben wir es jetzt mit vier Vergleichen gemacht. Und jetzt nehmen wir diese Mediane und darauf machen wir nochmal genau das gleiche wie hier, regressiv. Wir kriegen jetzt also n Fünftel Mediane und die teilen wir wieder in Gruppen der Größe 5 auf, berechnen für jede davon wieder den Median. Dann haben wir n 25 Zahlen noch übrig. Die teilen wir wieder in Gruppen der Größe 5 auf, für jedes davon nehmen wir den Median. Also haben wir jetzt noch n durch 125 Zahlen übrig. Dann machen wir das Ganze wieder, bis am Ende bei einer Zahl der Mediane angekommen sind. In unserem kleinen Beispiel hier reicht jetzt ein weiterer Schritt. Wir haben hier vier Mediane übrig und für die können wir jetzt einfach mit einem weiteren Schritt den Median finden, was jetzt unsere Zahl x hier wäre. Und dieser Median der Mediane ist jetzt eine gute Wahl für unseren Partition Algorithmus, für den man eben zeigen kann, ja hier gibt es jetzt eine gewisse Anzahl, die auf jeden Fall kleiner sein muss und eine gewisse Anzahl, die auf jeden Fall größer sein muss. Wenn wir uns das in dem Beispiel hier jetzt mal anschauen, wir rufen also Partition auf mit diesem x, dann gibt es hier gewisse Zahlen, die sind kleiner gleich dem x, das sind jetzt einfach mal die Zahlen, die wir hier über dieser Linie haben und es gibt welche die sind größer gleich dem x. Für viele von denen wissen wir es aber nicht. Aber schauen wir uns das Ganze mal an. Wir haben in dieser 5er Gruppe hier so aufgebaut, dass das was hier oben steht kleiner gleich x ist, das was hier unten steht ist größer x. Das heißt wir wissen für diese beiden Zahlen hier auf jeden Fall größer x sein. Entschuldigung, ich muss noch mal fragen, ich sehe deine Auszeiger nicht immer unserer Zeit jetzt auch nicht. Jetzt wieder. Ja, das ist immer, wenn ich woanders hinklicke und Fokus verliere, sorry. Ich versuche mehr drauf zu achten. Schiebe mich schon mal ein bisschen hier zur Seite. so also die beiden Zahlen hier in der gleichen Gruppe, von denen wissen wir, die sind auf jeden Fall größer x, weil wer x hier heißt, das Median gewählt wird. x ist der Median der pinken Zahlen, also wissen wir, diese beiden Zahlen hier sind auch auf jeden Fall größer x. innerhalb von deren Gruppen wissen wir, diese beiden Zahlen sind größer als die pinke, die pinke ist größer als x, also wissen wir, die Zahlen hier sind größer x und die sind größer x. Also für die alle Orangenen hier wissen wir, die sind alle größer x. Und genauso kann man in die andere Richtung gehen. Innerhalb dieser Gruppe wissen wir, die hier sind kleiner gleich, die Zahl ist kleiner gleich x, also sind die hier auch kleiner gleich. Das sind alle Zahlen hier, die lilanen Zahlen, die sind alle kleiner gleich x. Und jetzt können wir abschätzen, wie viele Zahlen denn in all diesen Bereichen sind. Wir berechnen so wie vorhin wieder k, das ist m minus l plus 1, also a von m ist jetzt unser k kleinstes Element und hier würden wir jetzt genauso wie vorhin einmal rekursiv wieder select ausführen, entweder in der linken Hälfte oder in der rechten Hälfte. Und wenn wir jetzt eine gute Aufteilung haben, dann wissen wir, dass da auf jeden Fall eine bestimmte Anzahl Elementen höchstens drin liegt. Ich muss das mal ein bisschen genauer an. Wir wollen jetzt, wir haben hier unser x, das ist unser a von m und wir wollen jetzt abschätzen, wie viele Zahlen liegen dann mindestens in diesem orangenen Bereich. Wie kann man das abschätzen? Wir haben hier in dieser Gruppe liegen zwei aus all diesen Gruppen, die hier drüben sind, haben wir drei Elemente und bei der letzten, die nicht voll ist, sind es eventuell nur eins. Also, wir haben die Hälfte von diesen n fünfte Gruppen, das ist das n fünfte von hier, gibt uns jeweils drei Zahlen, bis auf eventuell die letzte, die uns vielleicht zwei Zahlen weniger kennt. Deswegen haben wir noch mehr minus zwei. Und wenn wir das hier ausrechnen, wir haben hier ein halb mal ein fünftel ist ein zehntel mal drei ist drei zehntel und das Ganze hier minus zwei minus sechs. Wir haben also in diesem orangenen Bereich mindestens drei zehntel minus sechs aller Zeit. Wir sind lilanen, da ist die Argumentation eigentlich die gleiche. Wir haben hier wieder die Hälfte von all diesen Gruppen und davon sind jeweils drei Zahlen kleiner gleich x. Also wir nehmen wieder die Hälfte der n fünfte Gruppen jeweils drei davon sind kleiner gleich hier braucht man dieses minus zwei jetzt sogar gar nicht also kriegt man hier auch wieder größer gleich dreimal n zehntel das ist größer gleich dreimal n zehntel minus sechs wir wir wissen also beide teile hier orange und lila haben mindestens drei n zehntel minus sechster zahlen das heißt umgekehrt wenn wir hier jetzt rekursiv in einem der bereiche weiter laufen dass der andere bereich hat mindestens drei n zehntel minus sechs zahlen also haben wir höchstens noch sieben n zehntel plus sechs übrig nachdem wir mindestens so viele weggeworfen haben und das ist der Unterschied zu vorher vorher wussten wir nicht wie viele wir hier noch haben es konnte sein dass wir hier noch n minus 1 zahlen übrig hatten im schlechtesten Fall weil wir hier gar keine weggeworfen haben jetzt wissen wir wir haben hier höchstens sieben n Zehntel plus sechs zahlen übrig also nur noch ein Bruchteil davon und damit können wir jetzt auch wieder eine Laufzeit bestimmen so das hier ist jetzt wahrscheinlich einer der kompliziertesten Algorithmen den wir in der ganzen Vorlesung machen das ist ja auch die letzte Vorlesung die sich noch mit Sortieren beschäftigt dann darf es jetzt noch ein bisschen komplizierter werden nächste Woche beginnen wir quasi wieder von neu mit Datenstrukturen da wird es wieder einfacher aber man sollte das zumindest mal gesehen haben dass man das eben auch deterministisch macht und das gibt uns am Ende dann noch ein schönes Ergebnis also wir haben eine Methode gefunden dass man sicher gehen können dass man in jedem Schritt ungefähr drei Zehntel aller Zahlen rausschmeißen das bedeutet wir können wenn wir jetzt die Laufzeit uns anschauen einfach wieder die Vergleiche zählen wobei wir für Partition ungefähr n brauchen haben wir gesagt ja wir brauchen n minus 1 und für jede dieser 5er Gruppen brauchen wir für Sortieren Insertion Sort von 5 Zeit das war 5 mal 4 halbe also 10 wir haben ungefähr n fünfte Gruppen also brauchen wir insgesamt ungefähr 2 mal n Vergleiche um all diese Gruppen zu sortieren und um jetzt die Laufzeit zu kriegen müssen wir wieder eine Rekursionsformel aufstellen wir uns die Schritte nochmal an erst unterteilen wir das in die Gruppen das ist klar dann sortieren wir jeder von denen und bestimmen die Median das machen wir über Insertion Sort das kostet uns 2 mal n Zeit bestimmen rekursiv die Median das heißt wir haben einen rekursiven Aufruf auf n fünftel aller Zahlen das sind genau die pinken Zahlen hier noch übrig wir machen Partition haben wir gerade gesagt dauert Zeit n und dann brauchen wir nochmal einen rekursiven Aufruf mit höchstens 7 n zehntel der Zahlen also wir haben aus Schritt 3 einmal der rekursive Aufruf mit n fünftel Zeit aus Schritt 5 einmal der rekursive Aufruf mit 7 n zehntel plus 6 Zahlen und für die anderen Schritte 1, 2 und 4 brauchen wir von hier oben Zeit 3 n und das hier ist jetzt unsere wunderschöne Rekursionsgleichung die uns ansagt wie viele Vergleiche brauchen wir hier dann und das hier wollen wir jetzt einmal noch schnell ausrechnen wir wollen jetzt beweisen mit dieser Strategie haben wir im schlechtesten Fall jetzt auch nur eine lineare Anzahl vergleichen es gibt also zwei Konstanten c und n 0 das für alle n größer gleich n 0 gilt die Anzahl der Vergleiche ist kleiner gleich c mal n so versuchen wir das hier einmal wir gehen machen das wieder durch Induktion wir gehen davon aus wir haben es für alles kleiner n schon gezeigt offensichtlich gilt das solange unser n kleiner n 0 ist also haben wir da unseren Induktionsanfang also setzen wir das Ganze hier einfach mal ein n fünftel aufgerundet ist kleiner gleich n fünftel plus 1 also haben wir hier kleiner gleich c mal n fünftel plus 1 hier eingesetzt haben wir c mal 7 n zehntel plus 6 und hier ist unser 3 n übrig wir haben jetzt zwei Faktoren mit c und n also fassen wir die zusammen 7 n zehnte n fünftel ist 2 n zehnte also gibt uns das c mal 9 n zehnte wir haben hier zwei Faktoren mit c und der Konstante also c plus 6 c ist 7 c also haben wir hier plus 7 stehen und von hier sind auch die plus 3 n übrig und jetzt wollen wir es genauso wie vorhin wieder auf eine Form bringen dass hier vorne c n steht also machen wir wieder plus c n minus c n haben wir c n minus das Ganze hier stehen wobei wir nochmal c n abziehen müssen das heißt wir müssen von diesem Teil hier jetzt c n abziehen also haben wir 9 zehntel plus 7 minus n hier drin stehen und 9 zehntel minus n ist einfach minus n zehntel das heißt wir haben wenn wir das Ganze hier mit das minus vorziehen c mal n zehntel stehen c wird zu minus 7 das hier wird zu minus 3 n und jetzt haben wir wieder durch eine Umformung genau unsere Form gekriegt die wir hier haben wollen und müssen wieder genauso wie vorhin angehen wir müssen jetzt wieder schauen ja was muss denn passieren wie groß muss denn unser c sein so dass was wir hier haben dass das positiv ist dass wir hier nichts negatives abziehen das heißt wir stellen uns wieder für unser c n die Formel auf das hier ist größer gleich 0 wir ziehen das rüber c mal das hier ist größer gleich 3 n wir teilen durch dieses Stück hier also kriegen c größer gleich 3 n durch n zehntel minus 7 und jetzt teilen wir auf beiden Seiten also oben und unten wieder durch n dann haben wir 3 durch hier 1 durch 10 minus 7 durch n stehen und jetzt habe ich nochmal mal 10 genommen damit wir hier nicht 1 durch 10 stehen haben sondern eine 1 dann haben wir 30 durch 1 minus 70 durch n und wenn wir das n jetzt wieder gegen unendlich gehen lassen wird dieser Teil hier geht er wieder gegen 0 also haben wir dann eine 30 da stehen das heißt wir nähern uns von oben der konstanten 30 an andersrum wenn wir das jetzt andersrum nach n auflösen bedeutet das jetzt unser n muss größer gleich 70 c durch c minus 30 sein was uns jetzt wieder eine untere Schranke angibt wie groß das n werden muss das heißt wir können einfach wieder genauso wie vorhin das ist jetzt wieder die genau gleiche Argumentation an für jedes y größer 0 das wir uns selber aussuchen können können wir zeigen dass die Anzahl der Vergleiche höchstens 30 plus y mal n ist solange unser n groß genug wird und in diesem Fall heißt groß genug für uns 2100 durch epsilon plus 70 also es muss wie ihr seht wirklich groß sein wenn wir sagen ja wir wollen zeigen das hier ist 30,1 mal n dann muss unser n mindestens 21.070 sein also wir brauchen mindestens 21.070 Zahlen zu sortieren um beweisen zu können dass wir höchstens 30,1 mal n vergleiche haben wenn wir nochmal weiter gehen wollen und wir können sagen wir brauchen vielleicht höchstens 60 n vergleiche dann wäre unser y gleich 30 wenn wir das dann einsetzen dann bräuchte man nur noch 210 durch 3 sind 70 plus 70, 140 Zahlen und dann hätten wir halt höchstens 60 mal n vergleiche also selbst für 140 Zahlen hätten wir jetzt schon was Konstantes nur wird die Konstante halt größer aber wir haben hier eben jetzt bewiesen es gibt Konstanten für die brauchen wir höchstens Konstante mal n vergleiche und damit haben wir gezeigt das hier läuft in O von n Zeit diese 30 die wir hier haben die kommt davon dass wir hier jeweils 3 n brauchen und 30 also diese 10 die wir hier haben die kommt hier von dem durch 10 teilen also wir haben hier 2 n zehntel 7 n zehntel ist also das was noch übrig ist 1 n zehntel daher kommt der Faktor 10 die 3 kommt von hier das heißt wenn man entweder hier was verbessert oder hier was verbessert dann könnte man diesen Faktor 30 auch nochmal runter kriegen das bedeutet jetzt zusammenfassend wir können unser Auswahlproblem auch im schlechtesten Fall in lineare Zeit lösen also genauer für jedes Epsilon größer 0 können wir eine Folge von mindestens so vielen Zahlen die i kleinste mit höchstens 30 plus Epsilon n vergleichen finden das ist aber nicht das beste was es gibt es gibt einen Algorithmus von Floyd and Rivers ist aber noch komplizierter der löst das Problem mit 3 halbe n plus eine ganz kleine Zahl vergleichen aber der kann halt manchmal falsch liegen also mit Wahrscheinlichkeit 1 minus O von 1 durch 4. Wurzel aus n braucht er nur so viele Vergleiche andererseits kann es auch mit einer kleinen Wahrscheinlichkeit sein dass er mehr braucht und die besten deterministischen Auswahlalgorithmen die braucht man im Vergleich im schlechtesten Fall nur 3 n statt 30 plus Epsilon n vergleiche aber die sind so kompliziert dass nicht mal ich die verstehe auf der anderen Seite kann man beweisen es geht nicht besser als mit 2 n vergleichen also die Wahrheit liegt hier irgendwo zwischen 2 n und 3 n aber was bedeutet das jetzt für uns mit dem Sortieren das bedeutet wenn wir unseren QuickSort machen wir brauchen ja O von n Zeit jeweils für Partition diese O von n Zeit können wir jetzt auch verwenden indem wir zuerst das Auswahlproblem lösen und den O von n Zeit dem Median finden das kostet uns also asymptotisch nicht mehr Zeit und dann können wir beim QuickSort davon ausgehen dass wir immer das Partition nach dem Median machen also immer links genauso viele Zahlen stehen haben wie rechts und damit haben wir eine Aufteilung die genau der von MergeSort entspricht immer zwei gleich große Hälften und damit können wir durch die Suche des Medians auch QuickSort in Burst Case O von n log in Zeit machen das heißt wir können auf unserer Übersicht wo wir hier geschrieben haben für QuickSort schlechtester Fall Theta von n Quadrat können wir hier jetzt sogar auch Theta von n log in Zeit mitentschreiben das letzte Hinweis aber noch in der Praxis ist das nicht unbedingt empfehlenswert weil das die Konstante in jedem Schritt halt so weit nach oben treibt dass es dann im Endeffekt auch langsamer ist als wenn man es einfach randomisiert macht also in den meisten Fällen ist es mit zufälligen Auswällen trotzdem schneller als wenn wir hier sicher gehen dass wir jedes Mal erstmal den Median wählen und dadurch was Gutes kriegen es gibt noch so ein paar Heuristiken die man machen kann dass man halt nicht nur eine Zahl zufällig wählt sondern 10 Zahlen zufällig davon dann die mittlere nimmt das kostet kaum weniger Zeit es kostet kaum mehr Zeit für die Auswahl aber gibt einem meistens nochmal bessere Aufteilung das bringt dann im Endeffekt mehr als wenn wir jetzt diesen komplizierten Algorithmus ausführt um tatsächlich den Median zu kriegen das ist also jetzt eher für uns von theoretischer Interesse dass wir eben zeigen können wir können den QuickSatz so anpassen dass er auch im Worst Case noch N-Login Zeit braucht aber implementieren werdet ihr das vermutlich nie dann sind wir für heute durch damit sind wir für den kompletten Block Satir Algorithmen durch wir haben ja jetzt doch viele Satir Algorithmen kennengelernt im Detail diese neun hier wir haben unterschiedliche Laufzeiten Best Case Average Case Worst Case in situ stabil und ich denke wir haben einen ganz schönen Überblick gekriegt was es dann hier für Möglichkeiten gibt und auch was es für Design Techniken für Algorithmen gibt also ganz kurz die wichtigsten die wir kennengelernt haben sind eben die inkrementellen die iterativen Algorithmen wir haben die Divide & Conquer Algorithmen kennengelernt und wir haben Algorithmen mit Randomisierung kennengelernt und das sind so die Grundprinzipien auf denen die meisten Algorithmen aufbauen am Ende der Vorlesung werden wir dann nochmal ein paar erweiterte Techniken kennenlernen aber ab nächster Woche bestätigen wir uns jetzt erstmal mit Datenstrukturen und damit wie wir jetzt den Daten eigentlich speichern können weil bisher haben wir eigentlich nur Zahlen gehabt die wir in Array geschrieben haben in der Praxis wenn ihr programmiert werdet aber auch mal größere Objekte haben die ihr organisieren müsst und damit beschäftigen wir uns dann die nächsten Wochen ich danke euch für eure Aufmerksamkeit ich wünsche euch noch einen schönen Tag ein schönes Wochenende und hoffe ihr seid mit Energie nächste Woche Mittwoch wieder dabei und das ist los die Untertitelung des ZDF, 2020